Später Reue? Herzogin Mehan vermisst die Schauspielerei Vermisst Herzogin Mehan, 36, etwa ihr altes Leben? Seit ihrer Märchenhochzeit im Mai hat sich für die Ehefrau von Prinz Harry, 33, so einiges verändert. Aus der amerikanischen Schauspielerin wurde mit einem kleinen Ja-Wort ein Mitglied der britischen Königsfamilie. Bisher scheint Mehan sich in ihrer neuen Rolle als Adlige sehr wohl zu fühlen. Jetzt zeigte sie sich aber auch ein wenig wehmütig, sie vermisst die Schauspielerei. Der und seine Liebste sind gerade auf einer Reise in Irland. Bei einem Besuch des Iris-Emigration-Museum in Dublin unterhielt Mehan sich mit einigen Royal-Fans, die draußen auf das königliche Bärchen gewartet hatten. Eine dieser Bewunderinnen heißt Fiona More. Sie hat offenbar mit der Neu-Herzogin über ihre frühere Rolle in der Erfolgsserie Suits gesprochen. Ich bin ein Fan von Apostroph Apostroph und ich meinte zu ihr, dass ich die Show vermisse und da meinte sie, ich auch, erzählte Fiona der Zeitung der Mai. Wirklich bereuen scheint die 36-Jährige ihren neuen Lebensweg aber dennoch nicht. Sie wirkte sehr entspannt, scherzte und lachte, beschrieb Fiona ihre Begegnung mit Mehan weiter. Zusammen mit scheint die schöne Brünette alles andere als unglücklich zu sein. Bis zum nächsten Mal.